Hallo Leute, Willkommen bei Hotline Miami Do, mit dem Triggerwisch Ähm, ich hab ihn vorhin aufgeladen Äh, auf, ja, ich hoffe, es ist, äh Er hält durch Okay, wir sind in unserer In unserer Brute hier und gehen jetzt hardcore ab Also, hier, unser erster Auftrag You have one new message Hi This is Tim at the bakery The cookies that you ordered should be delivered by now A list of ingredients are included Make sure that you read them carefully Click Das sind die Cookies Oh, no, I can't believe it The target is a briefcase Discretion Also, ich, äh, wir müssen diskret bleiben Wenn wir diese Cookies übergeben Okay The Metro Man sieht hier, ich hab schon ein bisschen gepimmelt Ähm, die haben so einzelne Kräfte, diese Masken Ah, lethal doors Damit kann ich die Leute sofort mit der Tür umbringen Ich fall praktisch mit der Tür ins Haus Achtung Bam So, okay Äh Da steht doch einer Amorina What? Okay, okay Bam 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 Bäm Und auch noch keine Weapon. Ich trau mich einfach voll rein, weil ich cool bin, Lorne. Bam, mir die Fresse geworfen und dann hat er gesehen, hat er gesehen. Na, ich weiß, ist ziemlich hart. Macht lieber die Augen zu. Okay. Und da haben wir schon, da haben wir schon die Stage gecleared. Gehen wir mal ins Car, gell? Ins Muscle Car. Sieht extrem ambitiös aus, das Auto, finde ich. Also richtig geil. Oh, ich will dann... Ich habe keine... Du hast die Weapon. Was ist das Problem? Also habe ich jetzt schon... Ich habe den... Ich habe den Koffer. Boom. Boom. Im Koffer mit Ziegelsteinen drin. Okay. Ab nach Häme. Riech dieses geile Auto an. Die Stimmung von dem Spiel ist halt echt extrem geil. Also wir müssen die Tasche da ablegen. Oh oh. Schieße aus wie... Smiley, oder? Stell dich vor, diese Linie hier unten wäre mit der anderen da drüben verbunden. Wär so ein kleiner, zumindest so ein... Pokerface-Ding halt. Egal. Geh mal heim. Geh mal heim.